Hey, ruhig und willkommen! Ruhig! Stell dich doch hier an und hol mal mit der Kamera hoch! Ja, du warst nicht alle toll oder was? Gehen wir doch nach unten! Hey! So, Jungs, ihr habt gehört, was man gesagt hat, lass uns das Ding einfach hin heute und nachher schön beim Dicken. Ruhig, ruhig! Lass uns das machen, lass uns damit hinnehmen! Nicht sagen, nicht so ein Schiri sein, einfach ruhig an und annehmen, egal! Wir wollen hier gewinnen? Weg! Okay, eins, zwei, drei... HAUP! Und reden mit mir! Ja, Mann! Jetzt werde ich nicht mehr mit dir!